Ja, was ich spannend finde an Open Educational Resources ist genau dieser Aspekt, dass man das Material nutzt, um da gemeinsam dran zu arbeiten und damit eben auch kooperative, kollaborative Arbeitsformen, Zusammenarbeitsformen einzustudieren. Das finde ich wichtig, nicht nur im schulischen Bereich, im institutionellen Bereich, sondern eben auch im außerschulischen, informellen Bereich. Ich glaube, dass es grundsätzlich auch den Menschen entspricht, dass man sagt, man möchte zusammenarbeiten. Die meisten Leute freuen sich mehr, wenn man nicht alleine an irgendwas sitzt, sondern wenn man gemeinsam für eine gute Lösung arbeitet und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Da finde ich eben, sehe ich das Potenzial von Open Educational Resources, dass sie eben Leute zusammenbringen können und man gemeinsam überlegt, welche verschiedenen Perspektiven sind zu berücksichtigen. Das ist ja auch das Schöne an kooperativen Zusammenarbeiten, an Kollaborationen, dass man verschiedene Perspektiven und Blickwinkel zusammenbringt, dass es nicht die eine Meinung und die eine Antwort gibt, sondern dass auch verschiedene Leute sich austauschen und darüber streiten im positiven Sinne, was ist jetzt hier wirklich die richtige Antwort? Was ist die bessere Antwort? Wie kann man etwas noch präziser formulieren, sodass eben auch verschiedene Blickwinkel berücksichtigt werden? Da sehe ich einen großen Vorteil. Wenn es darum geht, eben Teilhabe und gemeinschaftliches Arbeiten an außerschulischen Lernorten zu gefördern, dann spielen Open Educational Resources aus meiner Sicht eine große Rolle. Der Grundgedanke, was mich daran positiv finde oder was mich auch motiviert, in dem Themenfeld zu arbeiten, ist eben, dass man bei Bildungsmaterialien nicht fragt, wem gehört das und darf ich da jetzt irgendwas zu sagen, sondern dass man sagt, was ist das und wie kann ich es besser machen? Also, dass man Dinge auch produktiv nutzt und anpackt und Open Educational Resources insofern auch eine Einladung sind, teilzunehmen, teilzuhaben und sich einzubringen, zu partizipieren. Dass man nicht sagt, hier ist Schranke und da darfst du dich nicht einbringen, sondern dass man wirklich auch so eine offene Einladung ausspricht mit dem Material, mit offenen Bildungsressourcen und sagt, bitte bring dich ein, bitte hilf uns, etwas besser zu machen. Das heißt, in dem Sinne geht es nicht so sehr darum, wem etwas gehört, sondern um die Qualität, wie kann etwas noch besser werden? Und da sehe ich eben in Verbindung mit dem Aspekt der Teilhabe, der Partizipation ein ganz großes Potenzial, auch für die Gesellschaft auf so einer ideellen Ebene, weil es eben aus meiner Sicht nicht darum gehen kann, immer zu sagen, ihr dort und hier, hier und Konkurrenz belebt das Geschäft, sondern im Endeffekt bringt uns, denke ich, Kooperation sehr viel weiter. Vielen Dank.